Worauf achten Sie beim Kommunizieren? Meist konzentrieren wir uns auf den Inhalt, auf das, was unser Gesprächspartner sagt. Die Art und Weise, wie er etwas sagt, nehmen wir nur unbewusst auf. Somit erkennen wir oft nicht direkt, was die unzähligen nonverbalen Details unseres Verhaltens über uns und andere verraten. Das Process Communication Model hilft uns, diese Vielfalt an unterschiedlichen Signalen zu verstehen. Prozesskommunikation konzentriert sich dabei auf das, was für eine dauerhaft positive Kommunikation notwendig ist. Und sie unterstützt uns maßgeblich, negativen Stress bei uns selbst und anderen gar nicht erst entstehen zu lassen. Prozesskommunikation gibt uns eine Fülle an konkreten Werkzeugen und Anleitungen, die uns zeigen, wie wir mit allen Kombinationen der sechs PCM-Persönlichkeitstypen umgehen können. Wir erhalten praktische Tipps, wie wir selbst ein unproduktives Gespräch letztlich doch in eine für alle Beteiligten positive Kommunikation umwandeln können. Entdecken Sie selbst das unglaubliche Potenzial des Process Communication Model. www.processcommunication.de 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 www.processcommunication.de